Überraschend gut, Animationen waren nicht schlecht, die Handlung ja okay, aber überraschend andere Handlungen, also man dachte vielleicht das wäre Richtung Serie, wie man es aus älteren Tagen kennt. Überraschend andere Handlungen, wie man es erwartet hätte, da muss man so, man hätte jetzt eher Richtung Serie gedacht, dass dann wieder der Trainer loszieht und irgendwelche verschwundenen Pokémon aufklärt zum Beispiel und jetzt war es halt doch eine ganz andere Handlung, wie man sie nicht so kennt. Am besten gefallen hat mir eigentlich Deadpool als Pikachu. Ich sage, es hat es gebraucht, nach dem Hype mit Pokémon GO und dem Aufleben war das jetzt eine gute Ergänzung. Jetzt haben auch Leute damit Spaß, die nicht so viel zu tun haben damit, sehr viel Witz dabei, zwei gute Gags. Guter Film. Zuerst ja, aber das war das i-Tüpfelchen einfach, das den Film auch sympathisch gemacht hat. Ich würde sagen, fünf. Tschüss. 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 Vielen Dank.